Einen starren Stallbau zu machen, das geht ja dann schon leichter nicht, aber wir bewegen ja Tannen in den beweglichen Dach, in den drei Dachelementen, die herausfordernd von diesem Projekt der Felsenreitschule Übertragung, weiß ich einmal überhaupt. Das muss sich sehr harmonisch in das Altstadtbild einfügen und für die Akustik natürlich, ist natürlich für die Spielstätte sehr, sehr wichtig. Stahl sind ungefähr 540, 560 Tannen verbaut worden, 2500 Quadratmeter Dachfläche und mit den ganzen Verkleidungen, die ganzen Beleuchterbühnen, Arbeitsbühnen und so weiter. Und da haben wir gemeinsam mit dem Architekt das Architektonische und das Technische zusammen entwickelt, damit das herausgekommen ist, was wir jetzt da vorfinden. Handwerkspreis 2011 – eine Aktion mit der Wirtschaftskammer Salzburg.